Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Publikation aus JAMA vor von Capola und Coworkers. Es geht um Strategien zur Verbesserung der medizinischen Kommunikation. Genaue und klare medizinische Informationen helfen den Patienten, ihre Gesundheit besser zu managen, die Therapietreue zu verbessern und die Gesundheitskosten zu senken, was alles zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt. Unter medizinischer Kommunikation versteht man die Bereitstellung von Informationen über Krankheitsvorbeugung, Diagnose und Management einschließt der Risiken und Vorteile von Behandlungen und Nachbehandlungen, Nichtbehandlungen. Während sich die medizinische Kommunikation in der Vergangenheit auf die mündliche oder schriftliche Kommunikation zwischen Arzt und Patient bezog, hat die Kommunikation über andere Quellen, wie zum Beispiel Social Media Kanäle und Video Sharing, das Nachrichtenformat und die Zielgruppe erweitert. Dieser Beitrag schlägt wirksamer medizinische Kommunikationsstrategien für Kliniker vor und konzentriert sich auf drei Aspekte, die Botschaft, den Überbringer und den sozialen Kontext. Die Botschaft Bei der Weitergabe medizinischer Informationen können Kliniker Vertrauen schaffen, indem sie genau und authentisch sind und gleichzeitig Unsicherheiten, über die sich entwickelnde und manchmal widersprüchliche Natur der Wissenschaftlerkenntnisse kommunizieren. Während der Covid-19-Pandemie wurden Informationen und Leitlinien häufig geändert und ohne Erklärung zurückgezogen. Eine transparente Kommunikation über Unsicherheiten hätte dazu beitragen können, dass das Vertrauen in Gesundheitsbehörden wie die Centers for Disease Control and Prevention, CDC, nicht schwindet. Während die vermittelten Informationen, das heißt die Botschaft, auf Evidenz beruhen sollten, helfen Narrative dabei, die Evidenz mit dem Einzelnen zu verbinden. Die Einbeziehung konstruktiver, konkreter Empfehlungen ist wichtig, damit die Patienten verstehen, welche Schritte sie unternehmen können, um ihr Verhalten zu ändern. Die Bedeutung des Botschafters Pflegekräfte und Ärzte sind die vertrauenswürdigsten Berufsgruppen in den USA. Gesundheitsbehörden wie die CDC wurden in der Vergangenheit von der Öffentlichkeit als vertrauenswürdig angesehen. Doch während der Covid-19-Pandemie nahm das Vertrauen in die CDC und andere Gesundheitsbehörden ab. In einigen Kommunen konnten vertrauenswürdige Führungspersönlichkeiten wie Geistliche oder Gemeindeaktivisten von Klinikern darin geschult werden, medizinische und gesundheitliche Informationen zu vermitteln. Auch wenn Einzelpersonen ohne medizinischen Hintergrund bei der Übermittlung von Gesundheitsbotschaften effektiv sein können, sollten spezifische medizinische Informationen, wie zum Beispiel Risiken und Vorteile von Medikamenten zur Gewichtsreduktion von Ärzten mit einschlägigem Fachwissen überprüft werden, um zu verhindern, dass Patienten ungenau und möglicherweise falsche Informationen erhalten. Ein sozialer Kontext, das Glaubenssystem des Patienten. Kulturelle und religiöse Hintergründe beeinflussen gesundheitsbezogene Überzeugungen und die Art und Weise, wie eine Person auf medizinische Informationen reagiert. Bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel eine Schwarze in den USA, misstrauen dem medizinischen System aufgrund von historischem und anhaltendem Rassismus, der zu negativen gesundheitlichen Folgen geführt hat. Strategien zur Vermittlung von Gesundheitsinformationen sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie auf die Bedürfnisse von Bevölkerungsgruppen eingehen, die in der medizinischen Versorgung traditionell ungleich behandelt werden. Verbesserung der medizinischen Kommunikation Überzeugende Botschaften durch Narrative Menschen neigen dazu, Informationen zu bevorzugen, die ihre bestehenden Ideologien und Identitäten stärken, und Informationen abzulehnen, die ihre bereits bestehenden Überzeugungen nicht stärken. Ein Prozess, der als einseitige Assimilation bezeichnet wird. Bei Menschen, die Wert auf Autonomie und Entscheidungsfreiheit legen, können Regeln und Vorschriften eine psychologische Reaktanz hervorrufen, das heißt, das Gefühl des Verlusts von Freiheit bei der Wahl von Verhaltensweisen, was zu Widerstand gegen die Befolgung von Anweisungen von Autoritäten führen kann. Ein empfohlener Anlass für eine wirksame Kommunikation ist die Verwendung von Narrativen. So führten beispielsweise Empfehlungen für eine gesunde Ernährung und körperliche Bewegung, die Patienten mit Diabetes in Form von Patientenberichten und nicht in Form von Informationen vermittelt wurden, zu einer besseren Befolgung der beabsichtigten Maßnahmen, zu einem geringeren empfundenen Freiheitsverlust und zu einer größeren Akzeptanz gesunder Verhaltensweisen. Empathie wecken Empathie wecken Botschaften, die so gestaltet sind, dass sie ihre Empathie als Angst hervorrufen, können unangenehme Empfindungen gegenüber auferlegten Regeln verringern. Einfühlsame Botschaften funktionieren besonders gut bei den Empfängern, die am anfälligsten für eine unangenehme Reaktion sind. Während der Verarbeitung medizinischer Informationen können Patienten den Vorfall, die Erfahrung und den Kontext der Geschichte wiedererleben. Wenn Menschen die Emotionen der in Anti-Raucher-Kampagnen dargestellten Personen wahrnehmen und eher Empathie als Angst empfinden, erhöht sich die Überzeugungskraft der Botschaft und die Wahrnehmung des Freiheitsverlusts nimmt ab. Psychologische Inokulation Es ist schwierig, die öffentlich Wahrnehmung von falschen Informationen, die sich hartnettig halten und verbreiten können, zu verändern. Ähnlich wie bei der Immunisierung gegen Infektionskrankheiten, bei der Immunität gegen einen Erreger verliehen werden kann, indem man eine Person einer abgeschwächten Version des Erregers aussetzt, werden die Menschen bei der psychologischen Inokulation darauf hingewiesen, dass sie möglicherweise Informationen ausgesetzt werden, die ihre derzeitigen Überzeugungen in Frage stellen. In einer Studie zum Thema Impfung stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer der Impfung eines fiktiven Kindes zustimmten, wenn die Argumente gegen die Verschwörungstheorie präsentiert wurden, bevor die Teilnehmer mit der Verschwörungstheorie konfrontiert wurden, nicht aber, wenn die Argumente in der umgekehrten Reihenfolge präsentiert wurden. Dies deutet darauf hin, dass Menschen davon überzeugt werden können, keine Verschwörungstheorien anzunehmen, aber wenn Verschwörungstheorien erst einmal als Wahrheiten akzeptiert werden, sind sie schwer zu überwinden. Spiele sind eine wirksame Methode, um die Menschen über die Schäden von Fehlinformationen aufzuklären. Bad News ist ein Online-Fake-News-Spiel, das die Spieler über sechsgängige Fehlinformationstechniken aufklärt. In einer Studie aus dem Jahr 2019 wurde die Fähigkeit der Teilnehmer, falsche Informationen in Tweets und Schlagzeilen zu erkennen, vor und nach dem Spielen von Bad News bewertet. Durch das Spielen des Spiels wurden die wahrgenommene Legitimität von irreführenden Aussagen deutlich verringert. Der Ansatz der sozialen Norm Der Ansatz der sozialen Norm geht davon aus, dass Menschen durch das Verhalten und die Einstellung von Gleichaltrigen beeinflusst werden. Kampagnen zur öffentlichen Gesundheit haben sich diesen Ansatz zunutze gemacht, um die Menschen über typisches oder durchschnittliches Verhalten zu informieren und sich dabei die Vorstellung zunutze zu machen, dass die Menschen im Allgemeinen dementsprechend was als normal angesehen wird. So nagen beispielsweise College-Studenten dazu, sowohl die soziale Akzeptanz von Alkoholkonsum als auch die Menge des von Gleichaltrigen konsumierten Alkohols zu überschätzen. Durch die Verringerung der Fehleinschätzung über normales Verhalten hat die Strategie der sozialen Norm den Alkohol- und Zigarettenkonsum unter Studenten reduziert. Diese Ansätze haben auch erfolgreich die Nachhaltigkeit gefördert, zum Beispiel die Wiederverwendung von Handtüchern in Hotels. Harm-Reduction-Botschaften Harm-Reduction konzentriert sich auf die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit, in dem der Schwerpunkt auf die Reduktion im Gegensatz zur Beendigung von riskantem Verhalten gelegt wird. Diese Strategie zielt darauf ab, die Gesundheit schrittweise zu verbessern und die mit einem Verhalten verbundenen negativen Folgen zu minimieren, indem sie sich mit den negativen Folgen eines Verhaltens und nicht mit dem Verhalten selbst befasst. Bei dieser Methode liegt der Schwerpunkt darauf, den Patienten mit Respekt und Würde zu behandeln und ihnen ein Gefühl der Autonomie und Verantwortlichkeit für ihr Handeln zu vermitteln. Die Schadensminimierung hat sich zwar auf traditionell stigmatisierte Patientengruppen wie HIV-Infizierte oder Drogenkonsumenten konzentriert, doch hat die Schadensminimierung durch Auswirkungen auf die Verbesserung des Gesundheitsverhaltens im Allgemeinen. Schlussfolgerung Eine wirksame medizinische Kommunikation setzt voraus, dass eine große Menge an Informationen zu einer einfachen und klaren Botschaft verdichtet wird. Die Einbeziehung evidenzbasierter Kommunikationsstrategien kann die Vermittlung medizinischer Informationen durch den Arzt verbessern und die Akzeptanz bei den Patienten erhöhen. Hier die zentrale Abbildung. Eine Botschaft, eine medizinische Information, die ist akkurat, authentisch, transparent über die Unsicherheiten, die auch der Audienz vermittelbar ist, zu beziehen ist und auch durch umsetzbare Lösungen bereitstellen, ist ganz wichtig. Der Botschafter ist derjenige, der sehr wichtig ist, also wichtige zentrale Experten, Gesundheitsautoritäten, auch religiöse Führungen, Führungskräfte oder soziale Influencer. Der soziale Kontext ist ganz wichtig. Die gesundheitsbezogenen Glaubenseinstellungen, Haltungen werden beeinflusst durch eine individuelle Haltung, durch Familien, die Gesellschaft, Ideologien und auch moralische Werte. Und alles das kann Einfluss auf die medizinischen Kommunikationsstrategien nehmen, durch Einsatz von Narrativen, empathischen Übermittlungen von Botschaften, auch die sogenannte psychologische Inokulation, soziale Norm oder eine Harm-Reduction-Technik. Und das alles kann in eine effektive medizinische Kommunikation einmünden. Weite Informationen ergibt es in der aktuellen Publikation in JAMA. Und das alles kann in der aktuellen Publikation in JAMA.